Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Nie ne Kundi, der Flucht der weißen Königin Weiter geht's, erst aber Soundcheck, mal wieder Ja, das muss sein Ba 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 So, passt Elfenbeindurm verlassen, auf nach Nascar Und dort diese Zampanos vertreiben Natürlich Das musste jetzt auch sein, ne Natürlich eigentlich nicht Mein Akku ist alle Was ganz toll ist Zumindest das Akku von meinen Von meinem Timer Also, hallo Nascar Ich bin da Hallo, da bist du ja Nummer 1 Der sieht auch ein bisschen stärker aus Sieh mal, Ali Das ist ein Zwerber-Zampano Der ist mal wieder sauer Und der ist sogar mehr als sauer Der ist südend Nimm dies Wie viel Leben hat der eigentlich Och nö Und er kann Sternengans Autsch Los, stirb Yay, er ist weg Und noch bevor meine Ausdauer weg war Oh, Stufe 18 Puh, den hätten wir erledigt Auf zum nächsten Was? Auf zum nächsten Kann ich ihn schon vom Weiten sehen Ja, da ist er Es ist ein Zauber-Zampano Bist du bereit, Olli? Natürlich Der ist doch kein Problem für mich Nimm dies, Zauber-Zampano Nimm dies, Zauber-Zampano So, Köder Gut, dass ich ein Tank bin Ja, das hat gelangt Das hat wehgetan Zauber-Zampano Oh, Stufe 60 Zwei erledigt Und noch eine übrig Weiter so, Olli Die sind doch kein Problem Mh, Mh, Mh Mh, Mh Mh, Mh Mh, Mh Mh, Mh Du bist immer noch Hinter mir her Jetzt haut rauf Ok Oh, Stufe 65 Vorsicht, Olli Da ist ein mächtig großer Zauber-Zampano Haha Nicht bevor ich ihn erledigt habe Wo hin? M.D.S. In allerletzter Sekunde. Ah, Stufe 30. Wir haben es geschafft. Wir haben sie alle verkloppt. Das haben wir gut gemacht. Wurde mir auch langsam zu blöd, diese steinharten Kernel zu vermöbeln. Na schön, zurück zum Elfenbeinturm. Okay, mein Leiter nur von hier. Das macht eigentlich mehr Sinn, da lang zu fliegen. Oder auch nicht. Vergessen, dass er ein bisschen zu weit links war. Oder rechts. Okay, Elfenbeinturm, ich bin da. Oh. Oh. Erstmal Heilung. Ich glaube, jetzt kommt etwas ganz anderes noch. Ich mache es hier erst... Ich mache es hier erst mal einen Cut und... Ja, etwas kürzerer Part. Ja, 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 ja. Aber es macht Sinn. Ich mache jetzt hier einen Cut und... Bis zum nächsten Part.